Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir uns eine generische Klasse ansehen und das ist eigentlich eine relativ leichte Sache. Deswegen fangen wir einfach mal direkt an, ohne groß drumrum. Wir definieren uns eine Klasse, die nennen wir einfach mal Container. Und diese Klasse bekommt erstmal kein Konstruktor oder sowas. Die hat halt hier drin einfach eine Liste, selbstverständlich, äh, eine Liste sag ich. Ähm, wir nennen sie Liste und zwar eine Wahlliste vom Typ List von, ähm, ja, von was? Das ist eben die Frage jetzt. Von welchem Typen könnte diese Liste sein? Das lassen wir mal ganz kurz fertig. Wir bauen uns hier einfach mal eine List auf. So, und jetzt brauchen wir hier allerdings auch einen Typen, ähm, und ja, jetzt wird es schwierig. Welcher Typ ist unsere Liste? Nun, wir wollen einen Variablen-Typ, das kennen wir schon. Wir wollen hier auch einen Variablen-Typen-T. Okay, aber wo kriegen wir dieses T jetzt hin? Nun, ganz einfach, wir definieren es uns. Und da sagen wir einfach, okay, unser Container hat einen Typen T und dieser Typ T, der kann halt irgendwas tun. So, und das ist im Endeffekt alles, was wir hier brauchen. Das ist auch schon wirklich das, was wir hier, was wir für eine generische Klasse brauchen. Und wenn wir jetzt unseren Container erstellen, dann können wir hier zum Beispiel auch noch reinschreiben, hey, ähm, wir machen hier eine Mutable-Liste draus. Eine Mutable-List-Of. So, ähm, und das T hier können wir auch weglassen. Jetzt haben wir eben die Möglichkeit hier in unserem Container eine Methode Add zu haben, ja. Eine Methode Add, die gleichzeitig irgendwas vom Typ T akzeptiert. Also quasi einen Typen, der nur für die Klasse bekannt ist. Wir müssen hier jetzt nicht mehr wirklich irgendwas Spezielles machen, sondern wir können hier einfach sagen, okay, ich möchte ein A vom Typ T hier in meine Klasse reinbekommen. Und dieses T ist jetzt, also diese Funktion Add ist jetzt an sich keine generische Funktion mehr, weil der Container schon automatisch generisch ist, ja. Das heißt, der Container ist hier generisch. Wir sagen, das ist ein Typ T und wir können den Typen T überall verwenden. In Funktionen, beziehungsweise Methoden, in irgendwelchen Parametern oder Membern, alles. Alles möglich. Wir können immer T benutzen, als wäre es uns gegeben. So, und selbstverständlich kann ich jetzt hier auch sagen, Liste.add, ja, wobei ich dann natürlich hier noch sagen müsste, Mutable List auf E, Mutable List List auf T. So, und dann kann ich natürlich hier einfach dieses Add einfach so hinzufügen und dann kann ich eben noch hier irgendwelche coolen Sachen machen, wie zum Beispiel, das ist dann eine sortierte Liste zum Beispiel, weil ich diese Liste konstant sortiert halten möchte. Das heißt, beim Hinzufügen möchte ich das Ganze sortiert halten und mache das eben automatisch. So, das sind die Möglichkeiten, die ich habe. Und wenn ich jetzt einen, so einen Container erstellen möchte, dann kann ich ganz einfach hergehen und sagen, ja, gut, ich habe jetzt hier einen Container, das heißt, wir haben hier My Container. Und da habe ich die Python-Schreibweise genommen. Ich, Drecksägel, Entschuldigung, ähm, das soll natürlich nicht so sein. Okay, My Container, ja gut, das ist vom Typ Container und der Typ des Containers ist ein Int-Container. Bam! So, und jetzt kann ich sozusagen hier in meinen Container My Container.add, Achtung, jetzt automatisch mit dem Int. Das heißt, wenn ich hier den Typen festlege in meinem, in meiner konstanten oder in meinem, ähm, in meinem Variablen My Container, dann kann ich diesen Typen hier später nicht mehr ändern. Der ist jetzt nicht mehr generisch. Jetzt ist der Container, für My Container gilt jetzt, als hätte ich hier für T Int eingesetzt, als wäre das hier permanent Int, ja. Ja, das ist jetzt so für meinen Container und das heißt, ich kann hier bei Add nur noch ein T, also T ist gleich Int, also ein Int hinzufügen. Das heißt, ich kann hier nur noch ein Int hinzufügen. Was anderes geht hier einfach nicht, ja. Während, wenn ich jetzt mir einen neuen Container erstelle, und ja, ich weiß, ich habe ihn gerade nicht initialisiert, aber, ähm, das brauchen wir jetzt auch hier für gerade gar nicht. Wenn ich jetzt, wobei, eigentlich gehört es der Vollständigkeit halber hinzu, mein Container, äh, ein Container selbstverständlich. So, ähm, während, wenn ich jetzt einfach einen neuen Container schreibe, String-Container vom Typ Container, ähm, und zwar natürlich vom Typ String, ja, Container, dann kann ich in diesen String-Container, Achtung, nur noch, was hinzufügen, natürlich Strings. Hallo, Welt. So, und das ist einfach so, ähm, die Voraussetzung. Das heißt, ich kann zwar meinen Container so benutzen, wie ich das möchte, ich kann aber am Ende immer nur von einer Variablen eins reinmachen. Das heißt, in meinen My Container kommen nur Ints rein, in meinen String-Container kommen nur Strings rein. Da kann ich jetzt nichts anderes reinmachen. Das heißt, ich ersetze sozusagen diesen Typ-Parameter t hier überall direkt, wenn ich ihn hier definiere. Also beim Erstellen der Variable ersetze ich diesen Parameter schon durch einen festen Wert. Und der ist dann einfach, der zieht sich durch, den kann man nicht mehr verändern. Ja, und das ist sozusagen, wie ihr generische Klassen machen könnt. Ihr seid jetzt sehr, sehr flexibel, aber was ihr noch nicht machen könnt, ist, ihr könnt nicht auf spezielle Funktionen hinzugreifen. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, okay, ich möchte jetzt eine eigene Funktion definieren in einer Klasse, zum Beispiel in Vektor, möchte ich jetzt, ähm, auf meine Funktion div zugreifen können, ja. Das geht hier nicht, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass jedes Objekt der Klasse t die Funktion div unterstützt. Das gibt es einfach nicht. Das, diese, dieses Ding habe ich nicht. Und dazu brauche ich Constraints und die will ich euch eben das nächste Mal zeigen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.